So. Hallihallo, wie geht's so? Skelleck ist wieder da. So, die sind zu Nummer 4. Was haben wir da? 15. Die Musik ist ja eigentlich genial teilweise. Ich glaub, wir wollen das nicht. Käse-Kräcker. ... Essen wir einen Joghurt? Ich hatte jetzt an einem Paar... ... wie ein Paar Bohnen oder so. Bohnen mit Speck. Oh, würde ich auch keins wieder essen und dann... ... und dann kommt der Mann zurück und die ganze Bude steckt erst mal nach 14. Ja, aber die Tapete für diese gehobenen Leute, ja, das war's. ... ... ehemals Model, heute Metal... ... das M hat sie ja behalten. Als der Model Mikaela wurde eine Metal Mikaela. Wie schlimm's spielt? Ja, wollen wir mal gut. Hm? Nimm's jetzt klar? Jupp. Jetzt kannst du noch mal kurz... ... und hä? Äh, lass den Fernseher mal kurz stecken. Der Hesse ist auch kurz anlassen können. Jetzt kannst du noch ein bisschen Fernseher gucken. Hm. Hm. Nee, sie ist mir da, um es zuzugucken. ... ... ... Charlie Chaplin! Was ist denn mit Charlie... ... der startet eine Demo mit... ... keine Ahnung, wie das ist. Ah, und da haben wir Charlie gesehen, der... ... andere Leute verschlägt, okay. Alter, wie viel Bonus wir oft glücklich haben! Ziemlich lecker, hochgefühlt, geschmeidiges Getränk, dekoriert, ne, friedliche Rifts. Also wir haben erst mal 6 Bonus auf, ok wir haben 1, 2, 3, 4, ja, 7 Gesamtbonus auf Glück. Das könnte man in Zukunft immer so machen, dass sie einfach für sich sind. Selbst kochen, auch wenn er den höheren Kochen-Skill hat, ne, halt gar nicht mal mehr so, vom Dad kaum Fähigkeiten, den müssen wir auch mal ein paar Sachen nehmen. Jep, einhändig umzurühren war nie nicht ne gute Idee. Das war doch diese Rama-Werbung, wo dieses Lied vorkam. Nee, aber wie, wie ist er dieser Fisch? Der frische ausgezeichnet, der lebt ja auch noch. Den holz irgendwann aus dem Glas und hauen ihn direkt auf. Oh, das glitzert schon. Was ist das? Panemureto. Panemureto. Hergestellt, ausgezeichnet, für Vegetarier geeignet. Bis man Fleisch herstellen kann, irgendwas, so ein Hacksteak oder sowas. Das ist schon lange. Da war jetzt grad so ein Steak. Ziemlich einfach. Das knallst du Salz und Pfeffer drauf, so ein bisschen. Je nach Geschmack auch ein bisschen Paprika, aber ich mach das nett. Und dann brauchst du dir das schöne Ding einfach in der Pfanne. Ah, das Ding ist schon wieder aus. Du hast grad Panemureto gegessen und er kommt grad vom Essen. Reparieren, da oben. Yay, dann bringen wir ihm mal die Reparaturfähigkeit bei, oder? Unwohl. Ja, er kriegt jetzt die Geschicklichkeitsfähigkeit. Lohnt sich hier jetzt nicht auf zu wischen. Danach kann der jetzt mal pissen und dann in der Dusche legen. Dann werden wir es mal beobachten. Es läuft auf jeden Fall alles jetzt gerade über den Schoß. Naja, auf jeden Fall hat er dann was zu erzählen, so in der Arbeit, ne? Da hat er der Skillbalken erstellt. Teile plündern. Wir haben keine Mülltonne. Da, 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 da! Ich muss den Baummodus. Wir brauchen draußen eine große Mülltonne. Und drinnen ne kleine. ich bin mal einfach nur müll ein wir gehen nochmal nur clip moro Ich bin mir recht sicher, dass es einen Noclip-Modus gab hier, also, dass er nicht immer... Obwohl das eh schon zu eng... Auf den Live-Modus... 100 Euro für eine Mülltonne, ey, das ist ein besseres Buchabreis... Ja, das ist toll... Hey, das ist krass. Okay, das ging jetzt aber. Verdammt schnell wird auch, egal, ich gehe trotzdem duschen. Na, jetzt hätte ich auch mitdenken können für mich kochen. In drei Stunden kommt Michaela zurück. Hat niemand gesehen, hat niemand gesehen, Mahmoud. Yay! Okay. 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 Das hat er auch sofort angenommen. Schleifte? Kannst du morgen? Es ist 23 Uhr, du kannst dir jetzt ins Bett, heeeeh, 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 Navaste? Verstack dichtt! Nee, ich glaub heute machen ich gar kein Test. Obwohl, er kann jetzt kurz fernsehen gucken, ja, jetzt hat sie mir noch 9 Finger, aber kommt schon weg, weil man braucht zwei Ringfinger, das ist doch eh unnötigt. Wir sind jetzt bei 8 Fingern, 7, du hast mich für viele Finger Michaela. Sollten eigentlich Fisch-Tacos werden, jetzt sind es halt Mensch-Tacos, man kann auch irgendwas mit Bohnen machen und dann furzen die die ganze Zeit. Wieso ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das ist gut. Ja, das ist Sportwärm und das ist auf jeden Fall nicht gelangweilig. Alter, wieso guckt er aber auch ständig durch den Senderbanner da durchgelangweilig? Stopp, booching! Erstmal muss hier Kinderzimmer gebaut werden. Gut, dann mach Mut. Alle Müde. Jetzt frage, warum geht ihr hier eine Runde? Und da... Ich muss dich halt um 9 Uhr wieder wecken. Da kann noch eine Weile, Penny. Der kann ja direkt an die Arbeit, ey. Ah, ne, es ist Samstag, Erdweih beim Kochen. Irgendwas zum Frühstück. Eier und Hüls. Und dann macht er gleich mal eine Familiengröße. Das muss ja erst in 8 Stunden, ja. Oh, die Samstage und Sonntage werden schön. Da kannst du den Morgen verbringen und die Abende, die schönen Abende zu zweit. Wir haben dann Mittwoch und Donnerstag, oder? Keine Teller. Ah, Staffen. Der macht gerade wieder Sport. Nee, wie viel. Ich kenne nichts mit Forten. Und jetzt macht er das Ei. Ist das Chris? Guck mal auf Hause. Nee, das ist nicht Chris. Das ist nicht für Chris. Jeffrey Lankraub. Ja, da geht unsere Zeit auch schon wieder vorbei. Ja, ja. Danke, Timer. Danke. Dann sind wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Ich hoffe es ist ein neuer Skalat. Ich hoffe es ist ein neues Skalat.